ja hi ich bin es mal wieder der sebastian von der munich guitar company und heute zeige ich euch diese wunderschöne collings eine gitarren schmiede aus texas die es schon ganz schön lange gibt und die wirklich tolle instrumente bauen alles handarbeit hier haben wir eine om traditional also eine gitarre die wirklich gebaut ist wie getan im bereich des zweiten vor dem zweiten weltkrieg quasi die sogenannten priva specks hat eine durchgehende stegeinlage forward shifted bracing also das x-pracing ist etwas nach vorne gesetzt die gitarre ist komplett nitro lackiert mit warm leim verleimt und klingt wirklich unglaublich toll sehr sehr leicht für eine palisander gitarre mit knapp unter zwei kilo angenehmes halsprofil leicht v-förmig 44,5 mm sattel und einfach eine schöne gitarre für picking und strumming der ton steht ohne ende sustain wirklich toll wir haben immer eine ganze menge collings gitarren auf lager wenn ihr interesse an der schönen gitarre habt gerade jetzt in dieser zeit ruft uns an wir beraten euch gerne am telefon wir schicken euch gitarren nach hause ihr könnt die gitarren hier abholen zum testen und so läuft das momentan ab wir hoffen dass es bald wieder anders geht und jetzt würde ich sagen hören wir mal rein in die schöne gitarre das momentan ab wir hoffen midden wir müssen das momentan abone wir sind Musik